Es ist vollbracht, meine sehr verehrten Damen und Herren, der erste Bewerb der Mephisto Amadeus Horst Indos 2016 ist beendet mit einer strahlenden Siegerin vom Mondsee aus Salzburg, Diana Bosche. Diana, du hast gleich zu Beginn dieses Jahres deinen Stempel hier hinterlassen bei der Transpo Fix Trescha Stur mit deinem Borsches Eloy fulminanter Sieg gleich zum Auftakt. Der Eloy hat wirklich gut mitgemacht und ich bin froh, dass wir so eine super Runde zeigen haben können und das für einen Sieg gereicht hat. Diana, du bist sozusagen Lokalmatador mit Aushängeschild auch unserer Veranstaltung bei dem Mephisto Amadeus Horst Indos als Nummer 1 der FI-Weltrangliste der Reiter U25. Der nächste Bewerb steht in Kürze an, wenige Minuten hast du noch für den ersten Teilbewerb bei den U25 Reitern. Wem bringst du einen Start und wie stehen die Chancen? Ich bringe einen Designhorn in den Start. Das ist zurzeit mein Nummer 1 Pferd, mit dem ich auch die Bronzemedaille erritten habe bei den Europameisterschaften dieses Jahr und er ist in wirklich guter Form und ich glaube oder ich hoffe, wir können da nachher eine super Runde zeigen und schöne Punkte kriegen. Noch eine kurze Frage am Rande. Lokalmatador, Heimturnier mit FI-Stus Amadeus Horst Indos. Was gibt dir das Turnier persönlich? Also das ist das absolute Highlight im ganzen Jahr für mich, dieses Turnier. Meine ganze Familie ist da, meine Freunde und es ist immer wunderschön vor so einer wunderbaren Kulisse zu reiten und ich möchte mich recht herzlich beim Veranstalter Josef Göllner bedanken, der das jedes Jahr wieder auf die Beine stellt und da echt ein Top-Event organisiert. Ja, dann heißt es nur mehr für uns, Damenhalten für die Sandra und Diana Bosche. Doi, doi, doi. Danke.